Vorgestellt, S-Far at the Eye und zwar A Fade oder Kampagne spielen wir. Wir sind bei Vorschau Nummer 3, das halt, es geht um den Gestaltwandler. Gestaltwandler hilft den beiden ehrgeizigen Zöglingen, Krak und Zion, dabei Experten zu werden. Du lernst, wie du Erfahrungen sammelst, Boni im Handwerksbau auswählst und wie du eine Zögling ernährst. Du errichtest, verwaltest, verbesserst und reparierst mobile Gebäude und entdeckst Nachbarschaftsboni. Außerdem besuchst du uralte Ruinen. Krak und Zion erwarten ihr Schicksal. Schon bald wird diese Form zu einem vertrauten und wohligen Gestalt, die ihre teiltäglichen Routine begleiten. Einige Silhouetten sind weniger vertraut und werden nur von älteren Zöglingen oder jungen Talenten getragen. Manche Formen sind so selten, dass niemand genau weiß, ob es sie wirklich gibt. Die Ältesten sagen, dass sich diese Tiere entwickeln, dass sie gesehen haben, wie einige Tiere seltener und seltener werden, ehe sie gänzlich verschwinden, während andere neu entstehen. Am Lagerfeuer sprechen die jungen Zöglinge oft von Gestalten mit Hörnern, die verzweigt sich wie eine dicke Windeeiche. Sie sprechen außerdem von schwimmfüßigen Lurchen, die unter Wasser atmen können, die belustigen einander mit Schattenspielen, bei denen sie die verschiedenen Formen ihrer Träume nachahmen. Na dann, spielen wir mal. Krak hat schon immer Geschichten am Lagerfeuer erzählt. Bei jeder Treffen tanzt es um die Ältesten herum und schnappt jeden groben, jeder letzten Erzählung auf. Ja, Krak möchte ein Ingenieur werden. Wann immer er sich die Gelegenheit ergibt, versucht sich Krak in der Baukunst. Der Status eines Experten lässt sich nur durch Erfahrung erreichen. Obwohl es bereits viele Gebäude errichtet hat, ist Krak noch immer bloß ein kleiner Vogel. Der kleine Vogel träumt von dem Tag, an dem er zu einem Turkan mit einem mächtigen Schnabel werden kann. Sion, der andere Zögling im Krakskreis, hat ähnliche Träume in seinem ganz anderen Bereich. Es möchte ein Experte in der Ernte von Früchten werden und die Kunst der kandierten Früchte von den Ältesten erlernen. Mit diesem Rezept lassen sich einfache Früchte in etwas sehr viel Nachhafters verwandeln. Das ist ein Kreis, der von der Hoffnung und der Ambition nur so strotzt. Welches wechsle zur Karte, um dir ihre Reise anzusehen? Ah, da gibt es auch ein neues Symbol hier oben rechts jetzt. Kein Ziel ausgewählt. Okay, der Stamm ist hier. Er hat bereits einen großen Teil der Entfernung zum Auge zurückgelegt und wird in zwei Rasten dort eintreffen. Die von ihnen zurückgelegten Strecke finden sich bereits unter den Wellen. Wähle die Raste oder die nächsten Fahrt aus, um die Reisekosten anzuzeigen. Okay, das heißt, da die hier sind, kann ich ja sowieso nur da lang ziehen, oder? Die Zürklinge benötigen ein Fluss, um diese Fahrt zu beschreiten. Mit ein paar Stämmen aus Holz und einem Segel aus Landmarkerwolle sollte das kein großes Problem darstellen. Der Fluss ist lang, also sollten Sie auch einige Kürrikas mitnehmen, um nicht zu verhungern. Schließe die Karte, um zu beginnen. Dann können für Wandbehänge, warme Kleidung oder für die Dämmung von Gebäuden verwendet werden. Beginne mit der Erfüllung eines Ziels, indem du Zion zuteilst, Kürrikas zu sammeln. Erkunde die Rast mit Krak und versuche, Wolle aufzutreiben. Dann wollen wir mal, wer ist hier... Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen näher rein. Das ist Zion. Der soll Kürrikas sammeln. Aber die gibt es ja hier dann, ne? Das ist die Weide. Ich wollte nicht die Weide, ich muss mit ihm hier erkunden. Ich kriege ihn dann jetzt ausgewählt. Dann geh du mal da ein. Hat er denn jetzt schon die Aufgabe hier erwischt? Samy wird ein Sammler. Okay, gut, dann passt das. Das heißt, nächste Runde. Obwohl Zyron Kürrikas versammelt, neigt sich der Vorrat des Stammes dem Ende zu. Zöglinge verbrauchen jede Runde Nahrung. Gibt es kein Essen mehr, werden sie krank und verlieren jede Runde Lebenspunkte. Wenn sie keine Lebenspunkte mehr besitzen, werden sie zum Seufzen zurückgerufen. Behalte daher ein Auge auf sie und ernähre sie gut. Kürrikas sind sehr widerstandsfähige Früchte, die in jeder Region zu finden sind. Sie bilden die Grundlage einer ausgewogenen Ernährung und Zöglinge verzehren sechs Kürrikas pro Tag. Rohe Kürrikas sind saftig, aber nicht sehr füllend. Genau wie Krak vom Bauern träumt, so wünscht sich Xion sicherzustellen zu können, dass niemand am Stamm verhungern muss. Das ist Xions Handwerksrad. Klicke darauf, um Xions Talente einzusehen. Aha. Das ist das Handwerksrad eines Zöglings. Es repräsentiert alle Formen, die ein Zögling annehmen kann. Jeder Erntezyklus, jede Bauarbeit oder Herstellungsarbeit, die Zöglinge leisten, gewährt ihnen Erfahrungspunkte in dem ausgeführten Handwerk. Wenn sie eine gewisse Menge Erfahrungspunkte ansammeln, erhalten sie Boni oder Talente, die ihre Arbeit in diesem Handwerk verbessern. Diese Boni gelten nur, während der Zögling im jeweiligen Handwerk tätig ist. Der Mittelpunkt des Rades repräsentiert die grundlegenden Handwerker, von denen Zöglinge durch die Spezialisierung Expertenhandwerk erlernen können. Xion hat bereits eine Menge erfahren als Sammler und profitiert bereits von einem Boni. Einigen Boni. Zum Beispiel benötigt Xion weniger Nahrung als Krak. Bald wird Xion sich zum Obstsammler-Spezialisierung ein neues Erscheinungsbild annehmen können. Sind die Krak's Talente, indem du auf seinen Namen klickst? Krak hat Erfahrung als Bauarbeiter gesammelt. Selbst im Zentrum des Auges wurde einige Gebäude von Krak höchstpersönlich errichtet. Bauarbeiter erlangen Erfahrungspunkte, indem sie neue Gebäude bauen. Hinweis, ein Zögling mit Erfahrung in einem Handwerk ist dank der entsprechenden Boni immer effizienter als ein Zögling ohne Erfahrung. Schließe Mühe und erfülle das Ziel. Das muss ich jetzt zumachen. Kann ich auch da zumachen? Ja. So, jetzt müssen wir Lamas finden. So. Krak ist jetzt hier. Dingens macht die Früchte. Wir gehen jetzt dann mal hier hin. Weil wir müssen ja noch die Lamas finden. Ist der jetzt gelaufen oder nicht? Okay, da sind die Lamakas. Diese Kreaturen sind zahm und lassen breitwillig zu, dass die Zöglinge sie von einem Teil ihrer Wolle befreien. Sie hassen die Nässe und verstecken sich bei Starkregen. Okay. Diese Warte ist ein mobiles Gebäude. Es ist weit von den Lamakas entfernt, sodass es sehr lange dauern würde, ihre Wolle zu sammeln. Ein Glück, dass es mobil ist. Es kann jederzeit und ohne zusätzlich Kosten bewegt werden. Klicke hier, um es zu verstauen. Verstauen? Ja. Jetzt haben wir die. Es ist Krak's Aufgabe, das Gebäude zu stationieren. Öffne Krak's Baumenü. Hinweis, die Stationierung eines Gebäudes ist recht komplex und gewährt dem Bauarbeiter ebenso viel Erfahrung wie die Errichtung eines neuen Gebäudes. Allerdings nur einmal pro Rast. So, jetzt müssen wir hier das Verstaute nehmen. Genau. Jetzt habe ich natürlich das Tool-Dingens nicht gelesen. Sie sagt, es ist recht friedlich. Es gibt eine Menge Rohstoff und viele Lamakas, um Wolle zu sammeln. Krak möchte diese Ruhe nutzen, um ein neues Gebäude für die nächste, spätere Verwendung zu bauen. Zion hat bereits seit letztem Rast von seinem Notwendigkeit gesprochen. Obwohl Zion bereits seit dem Beginn eines Rasts ohne Unterbringung sammelt, konnte er sich immer noch nicht weiterentwickeln. Als Sammler gibt es nicht mehr viel zu lernen und Zion hat seit dem letzten Rast nichts Neues gelernt. Trotz des Nagelnden gefühls sich verbessern und spezialisieren zu müssen, fehlt Zion ein Ort zur persönlichen Entfaltung. An der Karawane können Zöglinge nur in einem grundlegenden Handwerk arbeiten. Zöglinge, die von der Karawane aus arbeiten, stagnieren und entwickeln sich nie weiter. Um sich zu spezialisieren, müssen ein Zögling in einem dem jeweiligen Handwerk zugehörten Gebäude arbeiten. Okay. Um sich zu spezialisieren, muss Zion an einer Erntehütte anstatt der Karawane arbeiten. Es ist die einzige Art, auf die ein Zögling Erfahrung in einem höheren Handwerk erlangen kann. Errichte eine mobile Erntehütte. Krak wird sich diese Aufgabe mit Freude annehmen. So, Krak haben wir ausgewählt. Anbauten werden mithilfe von Lastien errichtet und folgenden. Also das ist die Weide. Errichte eine mobile Erntehütte. Ist die hier zu finden? Sägewert, Steinbaumine, Weide. Da ist die Erntehütte. Dafür brauchen wir Holz. Haben wir natürlich nicht. Das bedeutet, er soll mal ruhig Wasser, äh, Essen weiter sammeln. Und wo ist er jetzt geblieben? Da. Aber den habe ich, glaube ich, schon ausgewählt. Genau so ist es. Der geht jetzt da Holz sammeln. Holz haben wir null. Ja, dann geht's los. Geht ja nicht anders, ne? Das Essen wird weniger, ne, oder? Jetzt mehr. Wir hatten 80 schon mal. Jetzt war nur noch 40. Essen wird viel weniger. Jetzt haben wir 40 Holz. Wie viel Holz brauchte man? Ich glaube, das war noch nicht genug. Ja. Ja, da kann man jetzt nichts machen, außer gerade mal weiter klicken, ne? Jetzt haben wir 80. Es könnte sein, dass 80 reichten. Ah, ne, hier waren wir mit der mobilen Erntehütte, ne? 70 waren das, genau. Ja, jetzt steht da wieder nichts, ne? Also hier sind die Zeug auch. Ich würde jetzt ungern hier drauf machen, weil, na, obwohl da wären ja auch noch welche, ja, aber irgendwie verschwindet das ja dann vielleicht auch, ne? Ich würde jetzt hier einfach bauen. Holz besser wäre da, vielleicht, weiß ich nicht. Schwierige Entscheidung wieder mal, ne? Da geht's. Ja, komm, baue sie da hin. Die Errichtung eines Gebäudes wird als Rohstoff von diesem Hexagon entfernt. Wenn du einen Rohstoff auf dem Hexagon sammelst möchtest, sollst du das Gebäude woanders errichten. Ja, das ist nämlich das, was ich gerade gesagt habe. Also, wir können da ja auch hingehen und ich würde es jetzt ungern so machen. Erntehütte bauen wir jetzt hier hin. So. Krag baut die jetzt. Vielleicht haben wir es auch falsch gemacht wieder. Ja, das hat man ja bei dem Spiel schon. Naja, aber hier geht's ja erstmal nicht weiter. So, die Erntehütte ist weise zu und der Erntehütte zu und schließe das Ziel ab. Ja, dann. Übriggas. Habe ich gemacht. Muss wohl das sein, ne, oder? Ich habe keine Ahnung. Und Krag. Ist noch ausgewählt. Und Krag geht jetzt erstmal dahin. Obwohl braucht er ja gar nicht, ne? Der Sildi Lama Kast da irgendwas mitmachen, ist die Frage. Kann er die hier bauen, diese Hütte dann? Warte mal, dann müssen wir das machen. Dann müssen wir die Weide nehmen und die braucht 100 Holz. Aber wir haben ja da die Weide. Das heißt, wir können die nehmen und da aufbauen. Ne, kann man nicht. So sieht's aus. Dann baue ich sie jetzt mal dahin, ne? Das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber ich mache das mal. Okay. Jetzt haben wir eben da zugeordnet. Ich hoffe, der macht das jetzt alles richtig. Sieht aber so aus. Obwohl das Ziel nicht abgeschlossen ist. Ja, habe ich doch zugewiesen, ne? Errichte eine mobile Erdhütte. Teile Zyron der Erdhütte zu. Das ist doch hier Zyron, oder? Wo ist er? Da. Ah, Handwerks... Teile Zyron. Zyron ist das? Ja. Zyron ist in der Handwerkshütte. Ja, keine Ahnung, bis da richtig oder falsch ist, gibt's wahrscheinlich wieder mal nicht, ne? Für mich nicht erkennbar. Ah, jetzt hat's das Ziel gegeben. Einmal Ernten hinbringen wahrscheinlich. Zyron hat endlich Erfahrung gesammelt. Öffne das Handwerksrad. Wo ist Zyron? Da ist Zyron. Erlange Erfahrung. Wird durch eine blaue Anzeige um den nächsten Bonus gezeichnet. Ist die Anzeige gefüllt, steigt der Zyke eine Stufe aus. Bitte was? Blaue Anzeige. Wo ist die blaue Anzeige? Blau sehe ich jetzt hier nicht, aber dieses ist es wahrscheinlich. Zyron hat die erste Stufe des Obstsammlers erlangt. Wähle einen der zwei Boni. Diese Entscheidung ist unumkehrbar. Der Bonus gilt nur, solange Zyron sich in der Form eines Obstsammlers befindet. Es ist der erste Schritt auf dem Weg zu wahrer Expertise und dem berühmten Rezept für kandierte Früchte. Hinweise. Zyklinge werden Experten, wenn sie die maximale Erfahrung in einem höheren Handwerk erreicht haben. In diesem Punkt können sie einen von zwei permanenten Boni auswählen. Diese Boni sind besonders und gelten immer unabhängig vom derzeitigen Handwerk des Zyklings. Plus 15 Kürikas pro Erntezyklus und das andere ist 25 Kürikas pro Erntezyklus. Pro Erntezyklus 25 gelernt oder was heißt das da, dieses Buch? Das sparen die da im Essen. Aber wir haben schlecht Essen, ne? Sonst muss Krak auch noch sammeln gehen, oder wie ist das? Ja komm, das nix. Mach das. Gut, das haben wir. Errichte eine mobile Erntehütte. Ja, die habe ich doch schon längst errichtet. Das ist doch eine. Was soll das jetzt? Ach, weißt du was? Ich habe eine Erntehütte erreicht, ne? Aber da keine mobile wahrscheinlich, ne? Das ist mein Problem. Was haben wir hier? Das ist der Aufstieg. Achso, ja, brauche ich nicht sehen. Hatte ich schon. Jetzt haben wir da das falsch gemacht. Wo ist eine andere Zappel? Wo ist er denn jetzt? Der baut gerade da hinten die Hütte auf. Okay, dann lasst das mal gerade da sein. So. Gebäude, aber das... Ach, hier unten war die Immobile wahr, oder? Ne. Da gibt es einen Markt. Da gibt es die Erntehütte. Und hier ist die Weide. Holz. Ach, ich weiß was. Wir müssen diesen Schritt gehen. Die Erntehütte. Und hier ist die Immobile Erntehütte. Super, das hat gut geklappt, ne? Wir brauchen noch 20 Holz und 70 Wolle. Na dann. Da müssen wir wohl die Wolle sammeln, ne? So, er macht noch Essen weiter. Da gab es jetzt ziemlich viel Essen. So, jetzt haben wir 40 gehabt. Erntehütte war 30, brauchen wir nur jetzt, brauchen wir noch Holz. Noch mal Holz, bitte. Und dann müssen wir eine mobile Erntehütte natürlich machen, ne? Weil, da wäre gut geklappt. 10 Holz haben wir erst, wir brauchen 20. Natürlich viel zu weit weg von unserem Zuhause. So, jetzt haben wir genug. Jetzt können wir hier die mobile Erntehütte machen, ne? Ja, komm, dann machst du da hin, egal wo. So, die Bautkrag dann. So, jetzt haben wir das Ziel erreicht. Jetzt brauchen wir noch hier 30, noch mehr Holz. Also Holz sammeln. Und Wolle brauchen wir auch noch. Und Essen brauchen wir auch noch. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal eins nach dem anderen machen. Und das Essen muss noch weiter gesammelt werden, leider. Wieder 63 dazu. Okay, da gibt es kein Holz mehr. Das heißt, er muss jetzt in den Wald gehen, wahrscheinlich, ne? Zack. Aha, das heißt, es geht näher, dann mach es da, egal. Ist zwar weiter weg, aber ist so. Jetzt sammeln wir erstens viele Holz. 70 brauchen wir noch. Erstens haben wir da jetzt gerade ein bisschen mehr da oben. 197 Essen, das ist schon mal was, ne? Noch einmal Holz, dann haben wir es, oder? Das Wasser kommt immer näher, das ist unser Problem. Ach, das Holz ist da jetzt auch schon alle. Ich weiß nicht, wie viel der dabei hat, der Krag. Ach so, 20 Holz. Das heißt, es reicht nicht. Müssen wir da nochmal hin. So, der läuft sowieso dahin, alles klar, oder? Automatisch ausgewählt. So, Essen ist noch gut. Wird auch immer reichlich mehr. So, und jetzt muss er hier die Lama-Geschichte noch machen. La Makas. Ja, der andere, der muss ja jetzt automatisch was Neues nehmen, oder? So, 50 haben wir schon. Ich hoffe, die La Makas verschwinden dann nicht gleich. Jetzt brauchen wir noch 30. So, jetzt haben wir genug Rohstoffe. Jetzt können wir hier die Reise fortsetzen, ne? So, Holz mitnehmen. Essen mitnehmen. Oh, das gibt sogar zwei Stacks. Stein haben wir auch noch. Die kommen da hin. Die Wolle wird so aufgeteilt. Okay. Alles ist weg. Also, die muss ich jetzt auf den Rücken der Karawane ziehen. So geht das, okay. Ist das auch da rein? Tatsächlich. Okay, das geht wenigstens so. Und jetzt können wir abreisen. Ja, bin ich sicher. Uralter Wald. Dort werden sich gewöhnlich viele alte und historische Gebäude finden lassen. Okay. Ja, und der Weg ist jetzt hier, ne? Seilerutsche von mittlerer Uralter Wald. Rastnacht. Das Auge kostet 200 Wolle, 10 Erz und 200 Holz. Erfordert ein Ingenieur. Aha. Da müssen wir gucken. Es ist die letzte Rast vor dem Auge. Der Stamm hat das Ende seiner langen Reise fast erreicht. Sie müssen alle eine weite Schlucht überqueren und eine Seilerutsche verwenden, um das Auge zu erreichen. Das ist eine leichte Aufgabe. Nur ein Ingenieur kann die sichere Überquerung mit seinem Deckhauer an vorbereiten. Es ist Zeit, dass Krax-Talente zur Gehälte kommen. Es muss ein Ingenieur werden, ehe das Wasser seinen Stamm erreicht. Okay. Da muss ich das auswählen, ne? Und dann geht's los. Erfülle das Ziel und führe auf alle Wohlbehalten zum Auge, ehe die Welle kommt. Überlege dir gut, wo du die Karawanede lässt und wo du deine mobile Gebäude stationierst, um Wolle zu sammeln, deinen Stamm mit Kübrikas zu ernähren. Hinweis, wenn du Gebäude auf anrenzenden Hexagonen errichtest, erhalten sie einen Nachbarschaftsbonus, der ihrem Ertrag gehört. Und dann wird dieser Bonus für durch Pfähle und Flaggen um das Gebäude angezeigt. Ach, jetzt muss ich wieder wissen, wo ich denn hinräume, ne? Aber ich würde jetzt schon mal definitiv mit dem hier nach da gehen. Weil anders geht's ja schon mal gar nicht. Ich muss ja erstmal Land erkunden auch, ne? Ich würde erstmal da noch hingehen. Okay, da ist Wald. Wald kann man abholzen, stand da. Also ich würde jetzt fast schon sagen, wir gehen hier hin, ne? Oder doch noch weiter gucken. Das ist schwierig. Ah, da gibt's was. Das sind die Ruinen der alten Zeiten. Es sind Überbleibsel von vorherigen Zügen, den Sporen der Reise eines frühen Stamms aus Zöglingen, die von der Natur zurückgearbeitet wurden. Die Erkundung von Ruinen kann gefährlich oder vorteilhaft sein. Man muss nie, was man dort finden wird. Krak ist von dieser alten Gebäude fasziniert. Da möchte sich unbedingt alle versuchen. Krak ist begeistert von der Vorstellung. Die Entdeckung der Stammes nach der Ankunft am Auge mit dem anderen Zöglingen zu teilen. Zur Erkundung der Ruinen musst du den jeweiligen Zügen über rechtlich den Ruinen zu weisen und Urkunden wählen. Die Erkundung der Ruinen erfordert eine Runde. Okay, aber wir müssen erstmal noch unseren Big. Ich würde jetzt mal da hingehen wollen, ne? Da sind die Lamas. Okay. Da sind noch mehr alte Ruinen, oder wie sehe ich das? Ja. Hier sind ganz viele Lamas. Aber ist das schwierig. Kübrikas habe ich jetzt noch nicht gesehen. Die sind nur hier unten, oder was? Das ist nicht gut. Ah, da sind Kübrikas. Also geht's. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir vielleicht doch noch hier weiter unten erkunden und schauen, was wir hier unten noch haben. Ja, ich glaube da, wo er jetzt ist, setzt man hin, oder? Oder vielleicht hier. Aber da sind auch noch die Lamas. Ich glaube, wir gehen da hin noch. Weil dann sehen wir noch mehr. Da haben wir alles aufgedeckt. Ich glaube, wir setzen den da hin. Der Markt würde daneben kommen, wenn wir den brauchen. Es gibt nicht viele Nachbargebiete da, ne? Vielleicht sollten wir doch einen wieder zurückgehen. Ja, machen wir mal besser. Weil dann haben wir dieses Feld und da können wir, glaube ich, auch noch was bauen. So. Wer ist das? Ne, das ist Krak. Krak soll mal erstmal Holz fällen gehen. Ich glaube, Holz brauchen wir jetzt erstmal immer. Und der soll die Kübrekas holen. Und da müssen wir eine Weide bauen. Aber eigentlich ist die erste Aufgabe, erstmal die Ruine entdecken hier mit ihm hier. Ist das hier unten auch noch eine Ruine? Ja. Dann, diese Züge ist für die Aufgabe nicht qualifiziert. Erkunden. So, passt erstmal. Ruinen können üble Überraschungen bereiten, halten. Mobile Gebäude sind zerbrechtig und können durch Plagen zerstört werden. Krak kann sie reparieren oder durch Erfahrung als Bauarbeiter erlangen. Die Repartoren als Gebäude ist von Rohstoffproportional zu den ursprünglichen Baukosten. Hinweis, wurde ein Gebäude vollständig zerstört, kann es nicht mehr repariert werden. Das Gebäude ist mitsamt seiner Aufwertung verloren. Erzwungene Gesellschaft. Ein ersticktes Sturzen führt Krak tiefer in dieses verlassene Gebäude hinein. Doch egal, wie weit Krak geht und wie nah das Schluchzen zu kommen scheint, so bleiben die Gänge und Hallen doch verlassen. Schließlich bleibt Krak nichts anderes übrig, als laut zu rufen. Das Schluchzen hört schlagartig auf und eine überraschte Stimme haltet im Geist von Krak wieder. Wer bist du? Deine Brüder und Schwestern haben mich hier schon so lange allein gelassen. Immer verlassen sie mich. Du bist nicht anders. Auch du willst gehen, nicht wahr? Stimmt das? Meine Reise noch nicht vorüber ist. Bleibt doch etwas länger. Nur ein kleines bisschen. Alle mobilen Gebäude werden beschädigt. Ich habe aber keine, oder? Aber ich habe diese Ruine jetzt erstmal gemacht. Da kann ich aber nichts mehr machen. Das heißt, Krak geht als nächstes da hin und erkundigt das. Und wo ist unser anderer? Da, der macht ja noch Essen, oder? Essen haben wir 101 nur noch. Ja, müssen wir so machen, passt schon, oder? Ein neuer Zügeling ist deinem Stamm beigetreten. Sylv, vom Handwerksammler, wurde von einem plötzlichen Erdbeben überrascht. Die Plage hat alle Gebäude des Dorfes zerstört und Sylv unter den Trümmern der Ruinen begraben, wo der Züglingsschutz gesucht hatte. Wo wir gerade davon sprechen, Sylvs Sägewerk müsste sich noch irgendwo an dieser Rast befinden, und zwar in einem schrecklichen Zustand. Sylv träumt davon, Holzfäller zu werden und wird sich bei der Errichtung der Seilrutsche sicher als nützlich erweisen. Der Stamm besteht jetzt aus drei Zügelingen. Das bedeutet aber auch, dass ein weiterer Zügeling ernährt werden muss. Wenn Zyons Sammelfählerfähigkeiten dazu nicht ausreichen, kann der Erntehütte aufgewertet werden, um ihre Zügelung zu ernten. Die erste Aufwertung der Erntehütte verkürzt den Endzyklus auf zwei Runden. So können Zyons schneller in den Kyberikas in den Vorrat bringen. Diese Aufwertung kostet Rohstoff, wird dafür aber permanent sein. Hinweis, jedes Gebäude kann zweimal aufgewertet werden und zwei unterschiedliche Boni erhalten. Gut. Unerwartete Begegnung. Krag konzentriert sich auf die Ruine, vernimmt die mentale Präsenz einer anderen Person. Jemand wurde in dieser Ruine unter einem ungünstigen Pfeiler begraben. Krag macht sich auf die Suche und findet den eingeklemmten Zögling in einer großen Kammer. Der Zögling ist verwundet, aber fühlt sich geehrt, deinen Stamm beitreten zu dürfen. Wir müssen heilen, oder was dann da war. Das ist Krag und der andere, der müsste jetzt hier der Grüne sein, oder? Silvi, kein Handwerk untätig. Wo kann ich denn jetzt heilen? Er will ja hier erstmal den ganzen Holz sammeln. So, Krag nimmt noch die dritte Ruine, die da hinten irgendwo ist. Der kann die dann noch erkunden. Kürbrikas werden da gemacht. Wir müssen noch eine Ernthütte bauen. Das macht Krag dann auch noch. Aber erstmal lasst es so laufen, oder? Ja, würde ich mal so sagen. Krag verbringt den Tag, damit aus den Ruinen wieder das Gebäude herzurechtend ist hier ein Stand. Sägewerk. Verwandle sich in ein paar Minutes Sägewerk. Okay, super. Das bedeutet, er geht da arbeiten. Und er, Krag, baut jetzt irgendwo die Ernthütte. Aber wir haben noch eine mobile Ernthütte dabei, ne? Genau. Dann sind die Viecher weg. Also kommt es da ein. Gut. Wo geht er jetzt hin? Da oben? Ja. Ja, die Ernthütte ist ja auf jeden Fall näher wie das. Das macht es also Sinn. Gut. So, die Ernthütte ist fertig. Und er ist aufgestiegen zum Ingoneur. Jetzt können wir einen neuen Handwerksbonus auswählen für Krag. Was kann er denn? Die von diesen Züge herrichteten Immobiliengebäude sind kompakter. Plus 10 pro ein Zyklus für von diesen Züge herrichteten Immobiliengebäude. Ich glaube, wir machen das. Dann sind die nicht so groß beim Reisen. Gut, haben wir. So. Er ist an der Säge. Er ist an den Kürikas. Und was brauchen wir? Woll er noch. Das bedeutet, wir haben ja auch noch diese mobile Farm. Und da sind diese Viecher. Das bedeutet, das ist jetzt nicht ausgewählt. Jetzt ist er. Krag ist ausgewählt. Krag sollte jetzt die mobile Farm. Ja, das ist die. Hier hinbauen. Dann kann er da dran erarbeiten. Nahrung ist niedrig. Genau. Deswegen arbeiten wir auch da dran. Ich sehe jetzt nicht gerade. Oh, stirbt er da oben jetzt gleich? Wir haben aber jetzt wieder Essen. Wieso ist denn der da hingelaufen und nicht zu dieser Erntehütte? Muss ich den erst zuweisen? Machen wir das. Mindestens ein Züriches und Tegel kann sich noch bewegen. Okay, auswählen. Ah, er hat schon die Weidefarm gemacht. Das heißt, jetzt soll er die Wolle machen. Geht zur Arbeit. Ja, weiß ich auch nicht. Weiter. Aufgrund von Hunger ist er gestorben. Niederlage. Ein Poncho sinkt sanft auf dem Boden, als der Zögling vom Wind verweht wird. Diese Geschichte ist bereits in Stein gemeißelt und diese Wendung war im Schicksal nicht vorgesehen. Der Zögling war dazu bestimmt, am Ende dieses Zyklus das Auge zu erreichen. Bereit die ihm den Weg. Starte diese Krippe erneut und rette sie alle. Ja, da haben wir auch ein schlechtes Ergebnis gehabt. Jetzt ist die Frage, warum der schon gestorben ist. Oder man hätte ja mal gucken müssen, was man da tun kann. Aber das müssen wir dann wohl in der nächsten Runde nochmal anprobieren. Ich würde mal sagen, das war jetzt ein Fehlschlag, aber den muss man auch mal haben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, wie ihr das hier so findet und gerne auch das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.